Das muss doch noch nicht filmen. Doch, wir zeigen euch jetzt mal, wie man einen Weltrekord in Mario Stryker, äh, Mario Stryker, ne, wie heißt er nochmal? Mario Stryker 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 Football. Okay, hier, der Typ hier kennt sich aus. Wie heißt das Spiel nochmal richtig? Mario Stryker 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 Football. Genau. Wie man einen Weltrekord in den Spielen aufstellt, online. Und zwar nehmen wir mal dazu einfach ein Event für die Ulan. Ein paar Spiele, die nichts zu tun haben. Äh, nein. Na klar. Und hier hin halt noch. Und dann geht man einfach online in dem Spiel. Und mit zwei Wies. Und weg geht's. Und sucht sich immer gegenseitig. Und einer macht immer einen Megaschuss. Oder Power-Schuss. Und der andere lässt halt immer durch. Dass man dann immer auf einer wie halt die Punkte kriegt. Die zählen für die Tore und für den Sieg. Und gleich im zweiten Spiel werden wir gleich sehen. Da wird dann einfach hier der zweite Spieler wieder disconnecten. Ja klar. Wir müssen doch die Taktik verraten hier. Und die, dann denken die WEC-Spieler. Ja, aber hier, ähm. Also, wenn man nie welche, äh, random Spieler findet oder so, das ist ja... Ja, ja, das ist wie gesagt, ist ja so, dass Spiels noch nicht alt ist. Und deswegen findet man ja um die Zeit. Da spielt ja nur Kacke. Um die Uhrzeit kommen noch Leute. Wir haben es ja jetzt kurz vor halb zwei. Und deswegen müssen sie halt gegeneinander suchen. Oder zusammensuchen. Echt? Unsicherheiten wäre. Wer macht die Megaschüsse? Ja, du musst drei Stück machen. Also genau 4000 Punkte. Jetzt, wie, nochmal. Der Meister spricht. Na, nee, lass mal. Ja komm. Er muss genau drei Megaschüsse machen. Ja, wenn jetzt... Dann hat er genau 4000 Punkte. Ja, genau 4000 Punkte. Alter. An einem Tag. An einem Tag. Ja, darum geht's ja. Den Wälderinnen an einem Tag aufzustellen. Aber wer würde das denn laden? Wer haben wir schon laden? Eigentlich schon, aber irgendwie wird sich aktualisiert. 4000, ja. Nee, wer war irgendwas mit 3.3 oder so. So, und wie interessiert das morgen noch, dass er 4000 Punkte geschafft hat? Das wird verheblich. Joker, TT, Faka. So, jetzt hier, komm wieder. Power-Schuss. Bam. Und hier, der andere Spieler ist einfach wieder durch jetzt. Oder ist Leiner? Lässt du durch? Oder halt einfach mal. Und verhindern mal die 4000. Verhindern die 4000, komm. Na, oooh. Oh, Mensch. Oh, leider nicht geil. Ich mach nichts. Sag mal, wieso leck das eigentlich für euch nicht mehr? Quitten. So. Das ist keine Pornos. Theoretisch wird er jetzt, er hätte einen 4er aus dem 6er gemacht. Und jetzt hier wird gequittet. Ragequitt. Oh. Jetzt wird er die Punkte. Mal gucken, ob sie jetzt wirklich die 4000 haben. Eeeeeeeey! So, wer war alles daran beteiligt? Ich. Tag läuft. Wo bin ich auch? Dein? Eigentlich nur... Dein? Ja, ich hab da. Zodi auch? Ja, keine Ahnung. Ja, ich mach. Zero auch? Akumas auch mitgemacht? Akumas auch mitgemacht? Ja! 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 Alter, wir haben auch gespielt. Wir haben auch gespielt. Ja. Jetzt mach noch weiter hier. Oh, Gott mehr. Lass auf den Wieletter gucken, wie viele gezockt haben. 4037 musst du machen noch. Lass uns gucken, wie viele auf den Wieletter gezockt haben. Mach mal die Rangliste von heute noch. Ja! Also eigentlich haben nur ich und Giant gezockt. 397 Siege. Vor 24 Stunden hatten wir angefangen zu zocken. Dann hatten wir... Ja, also wir haben es jetzt hier... Ja, da waren wir auch noch am zocken. 1.24 Uhr, es geht noch bis um 2 Uhr der heutige Tag in dem Spiel. Mach mal Rangliste. Hier oben oben. Das ist die ganze Saison. Ja, wir haben die ganze Saison. Nein, die ganze Bebauung. Au. Oh! 60 zu 12. Wie sollt ihr den 12 mal verloren hier, Bob? Ja, hat Masche gespielt. Ja, hat Machlatt gespielt. Ja, gut. Also, Machlatt war auch drambetalliger. Also, G730 war drambetallig. Das wollte ich noch mal erwähnen. Das wollte ich noch mal... Ja, ich muss aber meine Miriamout gar nicht auswechseln, also, ne? Echt? Ja, ja. Dank mir... Ja, also... Nochmal... Ich danken bei G730 für den Weltrekord in Zusammenarbeit mit WEC. Also, ihr habt für die Niederlage ergesucht. G730 featuring WEC, klar. WEC ist daran beteiligt, dass sie keinem zu los ist. Wo ist er? Boah, wird geladen. Boah, was ist das denn? Ja, gescheetet! Ich sag... Das ganze... Das gescheetete WIE! Das gehört doch zum Montag! Das gehört doch dazu! Nein, das gehört... Nee, warte mal! Das gehört doch dazu! Das war nur gestern! Das war nur gestern! Das war nur gestern! Oh Gott, denn Dienstag nicht! Wir haben die Farbe gekriegt! Geh mal auf Mittwoch! Weil heute ist ja schon Mittwoch! Das kommt jetzt auch auf Mittwoch! Das kommt am Mittwoch! Am Dienstag haben wir noch ein Spiel! Heute ist Montag! Heute ist die... Ja, Montag! Das ist richtig! Ja, guck mal! Die haben heute so lange durchgespielt! Die wissen nicht mehr welche Tage! Aber wir haben erst gesagt nur Strikers gezogen! Wir haben mehr gezogen! Geh mal auf Mittwoch! Geh mal auf den Tag davor! Auf Sonntag noch! Ihr habt doch Sonntag angefangen, oder? Nein! Jetzt wird ja auf einen Tag aber auch! Die 21 Stunden stimmt noch nicht schon! Nein! Es ist Montag! Ja, das ist... Alles Montag! Ach so! Das hat auf Galex die Tour, wo ich das gezeigt habe! Okay! Wahrscheinlich haben sie doch gescheetet! Deswegen seid ihr das auch nicht an! Nein! Keine Ahnung! Der hat das alles miteinander mitberechnet oder so! Der hat das alles miteinander noch mitberechnet! Ja! 21 abends reicht doch! Was wollt ihr mehr? Ja! Ja! Wir hätten locker mehr, wenn nicht eure G-37 Typen da mit uns gespielt hätten! Ja! Die haben das rausgeholt! Uns hättet ihr vielleicht jetzt 4.000 5 Punkte gehabt! Nur weil EFL auch mal verloren hat, habt ihr jetzt die 4.000 geschafft! Ja! Und wenn schon! Das wäre gerade... Aber man muss sagen, Masche war 100 Liter Wester! Ja! Und hier nochmal bedanken bei Slider, der die... Dinger mehr einfach nichts gemacht hat! Der nur rumgesessen hat! Und... A gedrückt hat, um zu suchen! Oder was hast du noch gemacht? Ja! Gar nichts! Und die haben immer hier auf den Powerknopf gedrückt! Ja! Alle 5 Minuten auf den Power drücken! Und immer Pizza essen, ne? Das ist der Vorrat auch ein bisschen krass! Das ist ja! 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 Dann hat ja keine Leute gesagt, das nicht mal machen! Aber wir haben zwar ein paar Box gespielt, wie DeL und Giant! Die größte Biss-Bomb! Jetzt geht nochmal ein bisschen an! Wie viele WS hast du in der SCOX? Jetzt wieder 27! 27 WS! Wie viel hat WC? Was weiß ich denn dass diese draft! Götchen und Giant? Einen habt ihr jetzt, oder? Ja! Ja! Aber wir hatten auch ein Konzüge gekocht. Relativ. Entlappst. Dann machen wir erstmal aus hier. Akuma sagt mal tschüss. Tschüss.